Guten Tag, guten Tag. Wir sind uns hier im Club Hotel Falkenbeginn und ich möchte zuerst wissen, wie du heisst. Sauri, Sauri, mein Name ist Olke, sehr angenehm. Mir auch. Wann seid ihr hierhergekommen? So, wir sind vorgestern gekommen. Erst vorgestern, ja am Abend. Und woher? Aus Kasachstan, aus dem Platz. Und womit? Mit dem Flugzeug. Seid ihr lange geflogen? Fünf Stunden. Fünf Stunden, ja. Um nach Falken zu kommen? Ja. Oh Gott. Und das ist natürlich ein Großopfer. Und wie gefällt es euch hier? Klasse. Es gefällt uns sehr. Und wie habt ihr geschlagen? Gut, gut. Ja. War alles zu ruhig? Ja. Und wie ist das Wasser? Das Wasser? Das Wasser ist salzig im Meer. Das ist sehr klar. Und im Schwimmbad? Und im Schwimmbad? Im offenen Schwimmbad ist das Wasser zu warm. Deswegen baden wir am Tag im Hallenbad. So ist es also. Hab ich gar nicht gewusst. Und wie ist der Kinderpool? Hast du da schon geflogen? Nein? Nein. Bist du schon zu groß dafür? Ja. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Fünfzehn. Na, dann bist du ja schon ein großes Mädchen. Alles klar. Gut. Und wie kommt man ans Meer? Feucht hier aus sieht man es ja kaum. Da gibt es einen Zugang. Soll ich eine Treppe extra. Und da gehen wir runter. Und wie gefällt es euch? Gut. Sehr sogar. Gibt es einen Strand? Nun, einen Strand gibt es nicht. Aber einfach eine Plattform. Wo die liegen sind. Also eine Plattform mit liegen. Ja. Und mit dem Sonnenschirm? Ja. Und gibt es da viele Leute? Na klar. Habt ihr überhaupt genug Platz? Ja. Gott sei Dank. Dann ist dir alles fantastisch. Ja. Was hat euch noch gut gefallen? Alles gefällt uns. Alles? Und wie sind die ersten Eindrücke? Es ist sehr schön. Und alle Bedienungen sind vorhanden. Gestern war ein Karneval. Eine Karnevalnacht. Das hat uns auch sehr gut gefallen. Bist du aufgetreten? Nein, ich bin nicht aufgetreten. Nur zugeschaut. Nur zugeschaut. Nur zugeschaut. Klar. Und wie ist das Essen hier? Gut. Gut. Ja, wir haben wahrscheinlich schon zugenommen. Wie viel Essen zum Frühstück? Wir bemühen uns nicht viel zu essen. Ach Quatsch. Man muss ja alles kosten. Wir versuchen alles zu kosten. Und dann gehen wir in das Fitnesszentrum, um alle Kalorien zu verbringen. Und wo ist das Fitnesszentrum? Gleich hier im Hotel oder um die Ecke? Nein, direkt hier im Hotel. Direkt im Hotel? Ja. Man kann einfach so kommen und alles ausprobieren. Ja. Sehr gut. Ja. Na gut. Vielen Dank. Ich habe mich gefreut, dich kennengelernt zu haben. Und wünsche euch allen noch einen angenehmen Aufenthalt. Danke. 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 Danke.